Ta, Pal Hinha und Xavi Simons, so steht es um die Transferziele des FC Bayern. FC Bayern ist auf dem Transfermarkt sehr aktiv und hat sich mit Hiroke Ito bereits den ersten Transfer der Vincent Cosbony-Ära gesichert. Ein Überblick über die Transferziele des deutschen Rekordmeisters und wo noch Geduld gefragt ist. Aber im Idealfall sollte dies erst der Anfang sein. Am Donnerstag berichtete Max Heber zusammen mit Hiroke Ito, dass sein erster Transfer mit Vincent Cosbony perfekt verlaufen sei. Der Japaner wechselte dank einer Ausstiegsklausel für 30 Millionen Euro vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart. Der deutsche Rekordmeister ist nun wieder auf dem Weg, die direkte Konkurrenz zu schwächen und gleichzeitig die Mannschaft zu stärken. Dasselbe wollen sie auch für Xavi Simons, der letzte Saisons-Offly-Basis bei RB Leipzig spielte. Die Sachsen sind in Gesprächen mit Paris Saint-Germain, das Xavi Simons verpflichtet hat. Doch die Bayern, zu deren Verein auch Ebel gehört, der den Niederländer im vergangenen Sommer nach Leipzig holte, wollen die Pläne des Stürmers durch Kreuzen und Simmens verpflichten. Das Kaugummi-Kauen ist im Begriff, sich zu bewegen. Dies hat sich jedoch als schwieriges Unterfangen erwiesen und wird wahrscheinlich nur geringe Priorität haben. Die Möglichkeit, Gio Parinha zu verpflichten, wäre wahrscheinlich ein Kaugummi-Transfer. Der FC Fulrum soll zwei Angebote mit einem Preis von 60 Millionen Euro abgelehnt haben. Obwohl mit dem Spieler bereits eine Einigung erzielt wurde, besteht bislang keine Aussicht auf eine Einigung. Auch auf Spiele-Ebene ist bei Jonathan Tarr alles klar, der sich nur noch mit Bayer Leverkusen einigen muss. Laut Sky sollen die Münchner voraussichtlich 20 Millionen Euro bieten, der deutsche Meister hofft, diesen Betrag verdoppeln zu können. Was die Angriffsreihe betrifft, hat die Säbener Straße mehrere Spieler im Auge. Wird Stilett nach England wechseln? Laut Kicker wurde der Name von Francisco Conceição zusammen mit Chris Furich und Blayangroder gehandelt. Um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, muss man laut Bericht des Magazins zunächst etwas verkaufen. Es gibt eine Reihe potenzieller Kandidaten, darunter Kingswickumann, Serge Njabry, Josva Kimmich und Leon Goretzka. Allerdings erhalten nicht alle zum Verkauf stehenden Kandidaten neue Positionen, und derjenige, der den Verein am wahrscheinlichsten verlässt, ist Matthias Delitt, der Etos Nachfolger engagiert hat. Ein potenzieller Käufer könnte Manchester United von Eric Den Haag sein.